so grüß euch jetzt sind wir ein stadt noch zur weiteren folge 590 freddy's into the pit mit mir den wuchsel so in der ersten folge haben wir es geschafft den ersten stern zu schaffen und ja jetzt haben wir noch die anderen beiden sterne die wir noch holen können und ich habe jetzt auch schon geschaut wie es funktioniert und dafür müssen wir jetzt erstmal ein neues spiel anfangen weil es ist tatsächlich so den ersten stern kriegen wir wenn wir das passt schon so wir lassen einfach furchterregend schwieriges hatte macht keinen unterschied raus er sich tatsächlich so den zweiten stern kriegt man wenn man die fünf gegenstände sammelt wir haben ja überspringen wir haben ja in dem spiel haben wir ja so verschiedene sachen gefunden wie zum beispiel der papas geldbörse sein foto von seinem er von auswahls ersten schulausflug und familienfoto oder gibt es noch zwei weitere sachen die drei fünf sachen brauchen wir insgesamt um das ende 2 freizuschalten ms karte ja ja ich weiß schon so und dafür müssen jetzt erstmal hier in die vergangenheit reisen und das war jetzt einfach mal ganz schnell ob es geht eigentlich schon ab hier wenn man gerade nicht sicher also jeden fall die sachen vor ich habe gerade eben schon probiert ich habe gerade eben schon probiert mit meinem alten spielstand die sachen zu finden habe ich den familienausweis gefunden aber es ist noch nicht gespawnt man muss die vier sachen vor der fünften nacht finden also wir uns auch mal die einzelne nächte durch das weiß ich nicht ob ich hier schon die es erst finden kann wobei das ist ja eigentlich der prolog lauter beschreibung ist das erste auf dem boden im backstage bereich sein ja okay dann kann ich jetzt wahrscheinlich nicht rein war da wahrscheinlich jahre das doch tanzen da komme ich da nicht vorbei okay dann ruhig einfach rein wenn ich dann mit den auswärts aufheben kann dann sind wir wieder okay klar ist extra noch ich habe mich schon gefragt was würde eigentlich passieren wir hier diese spieler gegen chip verlieren würden oder gegen mike je nachdem deswegen probieren wir einfach mal schauen was passiert oder es war natürlich 100 war unbesiegt alte lösen neuen lösen wollen ruhig eine chance geben können ich mit dem je nur damit dass ich beim nächsten mal mehr anstrengt ok und weil es alles statt das empfangen spielen ich zuerst auch weg war es noch schnell was sie nicht erwischen er wollte ich sie zu sich nicht erwischt werde ok da komme ich nicht rein da kommen wir auch nicht rein er ist halt dass er eben schnell ist ist naja gut vielleicht beim nächsten mal aber jetzt wirklich ja mich wenn ich im backstage bereich bin na ok was würde passieren wenn wir fahrt ihn nicht ausziehen wofür mussten wir dann e drücken weil ich habe jetzt wirklich gar nichts gedrückt oder ist man erst mal verkackt aber dass ich tausend mal in der sekunde gehämmert hat na gut war jetzt auch bloß eine frage die ich mir gestellt habe na sehen wir uns gleich wieder weil wir gerade draußen und in der gegenwart sind wollte ich noch zwei sachen ausprobieren nämlich zum einen wollte ich mal probieren was würde passieren wenn wir jetzt noch mal mama anrufen würden nur so rein aus neugierde in der zeit habe ich weiß man kann nicht ganz telefon kommen hinterlassen nach dem signal tun mama hilfe ich brauche hilfe holt mich jetzt mittendrin werden müssen ich habe so eine achievement bekommen ungeduldig hieß es wenn ich in der zwischensequenz 100 mal e drücke so das zweite was ich ausprobieren wollte was würde eigentlich passieren wenn ich jetzt hier in der gegenwart hier ob es gerade noch mal schauen wenn ich jetzt in dieser gegenwart hier bei freddys anrufe 1 800 0 8 3 mal gucken was passieren würde willkommen bei freddy fast mit pizza also pizza ist irgendwie nett dass er da keinen unterschied gemacht hat weil ich meine eigentlich gibt es freddys ja nicht mehr das hat mich jetzt einfach mal so interessiert so kann ich das hier wieder zu machen weil hier gerade da ist dann können wir ganz schnell ins weil ich weiß gar nicht ob ich im backstage bereich schon reinkommen ich würde einfach im backstage bereich rein so wir haben den backstage bereiche erwischt erwischt gefunden und hier liegt schon die geldbörse ist ja im grunde um die erste gegenstand den haben wir auch im spiel selber gefunden und so jetzt müssen wir ganz kurz gucken der nächste gegenstand wäre auf dem boden bei den geschenken in der hinteren ecke um storage überhaupt das lagerraum schon an hätten wir schon reinkommen aber ich weiß noch nicht ob die jetzt schon gespawnt ist abgeschlossen dabei bleibt auch schraubendreher dreher geht es ok da lag die geldmünze herum ich nehme es mal die sicherheitsweise mit nicht dass es noch braucht dann gehen wir mal in store sind gewaffelt immer mal kurz kurz in storage schrei und schauen wir ganz kurz ob wir hier so ist abgeschlossen über die spielhalle kann ich ja doch nur die spielhalle kann ich eigentlich ich würde interessieren ob in der ob in derselben nacht auch der das foto von oswald sparen könnte theoretisch das verschlossen na gut ok da sind wir uns gleich wieder ok ich glaube man muss in jeder nacht etwas finden und es wird nicht einfach so dass dann etwas auftaucht weil der nächste gegenstand wäre in der küche und da kommen erst in der dritten nacht rein aber ich frage mich das würde passieren wenn wir jetzt hier in der gegenwart die tür öffnen würden mal ist klar wir könnten hier rein aber bla bla und dinge blablabla aber wer jetzt in der vergangenheit die tür auch offen und hätte ich jetzt sogar ein schraubenzieher ist ja auch nicht erkennt tue ich keinen ja ich versuche übrigens auch nebenbei das die errungenschaft zu holen dass ich nicht die taschenlampe benutze aber gut ihr kennt den grund um ja die kompletten bereiche ich sage jetzt mal ganz vorsichtig so dass wir hier ein jumpen ich finde es irgendwie merkwürdig dass chef eigentlich die ganzen räume überhaupt nicht nutzt holzkugeln ich meine der hat hier wenn man sich so streng genommen durch den wir haben hier das bälle bad wir haben die spielhalle party raum das sind ja alles so räume die er in der gegenwart ja nicht nutzt so ein bisschen merkwürdig wenn ich ehrlich bin und so alle hier musste ich selbst trotzdem noch mal aufsperren verstehe sie so schwer so weiß ob es ist brauche halt moment er hat nicht moment hat es mir abwaffelt er versuche nebenbei auch die ganzen sachen einzusammeln weil ich glaube die wir ganz zum schluss brauchen so viel rum zu holen kleiner mann gut eigentlich kann ich wieder überspringen dann sehen wir uns und hier liegt auch schon das familienfoto hier rum vom letzten jahr blablabla das kennen wir ja alles schon so jetzt können wir ja gleich noch mal gucken jetzt müsste ich ja eigentlich auch gleich die die küche freischalten können wir mal schauen ob die hier auch gleich spawnt ist familien urhebsfoto da ist immer jetzt dann gleich so ich dann einfach rein okay herausgelockt jetzt müsste eigentlich das foto hier irgendwo liegen jetzt zwar gerade blöd weil hier strom ausgefallen ist mal schluss schnell wieder an aber gut ich glaube ich habe sie nicht gesehen trotzdem zur vollständigkeit schauen wir mal naja gut es wird ein bisschen dauern noch okay also das foto ist nicht da so wie zu dem thema hier und so okay dann ist es weiter und dann hole ich wieder rein wenn wir in der nächsten nacht hier das foto holen und so noch drei und da hinten liegt das foto schon ich soll kurz warten bis der draus gegangen ist ja wobei es reicht ja schon so mit meiner familie und singen hier das hat man ja auch schon gefunden so telefon kann man ja machen schauen wir spielen spieler ist das nächste ist noch nicht da okay die nächsten nacht wieder rein also ich muss gleich wieder so nacht 4 und wir sind wieder hier wie es aussieht was ganz einfach weil hier unten an der ecke hier hey papas namensschild von der arbeit ist bei hier drin ja da kommt man sich noch gleich mal haben wir die haben bis jetzt noch gar nicht gesehen ob es namensschild von der arbeit das war es aber so aufgebracht sein job im werk zu verlieren es war nicht seine schuld aber es hielt ihn nicht davon ab noch mal zu sagen wie beschämt er sich fühlt mir sagte dass er seinen job im werk verloren hat ich habe nicht verstanden warum er immer wieder sagte es tut mir leid ich habe nie gedacht dass es seine schuld war hat immer so hart gearbeitet ich bin froh dass er mein papa ist so hat man das erledigt und der letzte finden wir in der fünften nacht hier im security room dann höre ich da rein wenn ich den gefunden habe okay ich bin immer noch in der fünften der vierten nacht hier gerade hier reingekommen und ich glaube hier unten liegt schon der ehring den man noch suchen muss der ehring meines vaters ist ja drin ich muss ihn zurückbringen das ist der fünfte gegenstand eigentlich papa sind seit der high school zusammen dieser ring hat viel durchgemacht das würde mal ohne papa machen und papa sind zusammen seit die sie kinder waren sie schauen sich an sie schauen sich an ihren hochzeitstag immer die hochzeits fotoalbum an ich kann mir nicht vorstellen wie es für mama wäre plötzlich zu verlieren so der zweite spielen nur durch spielen so weit wieder und dann sollte eigentlich das zwei sternen ending freigeschalten sein weil es ist einfach ganz schnell machen und dann sehen wir uns gleich wieder okay ich denke für den rest dass ich euch mal dabei war hier ist bin jetzt gerade reingekommen hier ist jetzt der büttelt sich aufgegangen und schockt hier eine rein toll diese berg ist da draußen also deswegen schaut dazu die große frage die ganzen sachen da ich verstecke mich besser jetzt habe ich mir was übersehen ich habe es nicht kaputt gemacht weil hier gibt jetzt noch mal was was ist das ein foto sieht aus als wäre es ziemlich zerkrasst wer ist sie was ist das herumgeschäft freigeschalten das können wir uns mal angucken ein seltsames foto ein seltsames foto von zwei männern in einem merkwürdigen büro ist das irgendwo bei freddy's ja hallo also kann ich gar nicht reingucken so und jetzt müsste ich theoretische spiel einfach nur werden wenn das jetzt sagen wenn das letzte mal foto und dein inventar und du wirst ein neues ende sehen in denen okay jetzt weiß ich noch nicht mehr wo die hin sind aber gut sehen wir dann gleich so rette papa war nicht hinter der bühne ach ne moment die waren ja ein ding im bällebad waren so stimmt da wollten die ja hingehen da rennen wir jetzt einfach ganz schnell hin und dann weiß ein blöd ist umgleich blablabla 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 so 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 Nein! Wir setzen das Rote vom Ohr an. Papa! Papa! Nein, nicht tot, jetzt ist er eigentlich tot. Das hatten wir ja schon mal in das Gespräch hier. Aber jetzt wird er ja nicht mehr in die Spellbach gezogen. Was zum? Was liegt denn da kaputt eigentlich? Was zum Teufel ist das für ein Ding? Was ist passiert, Auswahl? Also, ähm, ich habe mich im Bellbar versteckt, um dir einen Streich zu spielen, was ich nicht hätte tun sollen. Du bist gekommen, um mich zu suchen und bist auf einen der Bälle ausgerutscht. Du musst dir aber einen Sturz ziehen, ich hatte den Kopf gesorfen haben. Tut mir leid, Papa, ich wollte nicht, dass diese Dinge so außer Kontrolle geraten. Ich habe so zielt eine Entschuldigung aus. Aber sie haben recht, sie hätten das nicht tun sollen. Nun, lass uns von hier abhauen. Du und ich sind ganz schön mitgenommen. Aus was? Was passiert? Äh, du kannst dich an nichts erinnern? Nun, wenn man diese riesige Beule auf meinen Kopf betrachtet? Äh, nein. Oh. Ich, ich war sauer auf dich, weil du mich zu spät abgeholt hast schon wieder. Deswegen habe ich beschlossen, mich vor dir zu verstecken, um es dir heimzuzahlen. Du bist über einen der Bälle gestoppt und das Gespräch hatten wir eigentlich gerade schon. Tut mir leid, Papa. Ach, was? Ich bin derjenige, der es leid tut. In der letzten Zeit gingen einige schief und es liegt an mir und deiner Mutter dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Ich habe meinen Teil der Abmachung seit der Schließung des Werks offensichtlich nicht erfüllt. Also, ich denke, es ist eine Zeit, dass deine Mama und ich darüber reden, irgendwo hinzuziehen, wo es besser ist. Und für uns alle. Auch für Oma. Ich bin sicher, dass es eine industrie-taugliche Luftpolsterfolie gibt, die genau für sie gemacht ist. Wirklich? Wirklich? Lass uns dich erstmal verarzten. Äh, Papa. Äh, stimmt. Er hatte die Wunder am Arm. Übrigens, ähm, ich glaube, ich bekomme einen Schulverweis. Äh, was? Hm. Bänder-Spiel ohne die Taschen abbein zu schalten. Äh, habe ich. Und Jeff? Was war das zweite gerade? Da hatte ich zwei Endersternen ohne im Gruß oder Angstmodus. Ja, okay. Und so, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Äh? Hoffentlich hat sich der Junge da drin nicht verletzt. Autsch! Ich glaube, Jeff wurde gefressen. So, wir haben zwei Sterne jetzt auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob ich es überhaupt hinkriege, das nächste Ending zu machen. Und zwar, wenn wir Glück haben, geht's noch. Also ich kann hier jetzt einfach das Spiel fortsetzen. 1357? Stimmt doch gar nicht. Hä? Warte mal. Das ist ja schon der richtige, oder? Ah, nee. Das ist der falsche. Ich habe das falsche Spiel geladen. So ein Dreck. Habe ich auch gewundert 1957? Habe ich doch gar nicht. 14.05? Also zumindest bei meinem Spiel hier. So, das nächste ist nämlich, wir müssen nämlich einen Haufen Minispiele machen. Einen riesen Haufen Minispiele. So, was ich beurteilen kann. Und zwar steht er in Beschreibung. Das 3-Ende-Sterne-Ende von Fat Night Freddy's Into The Pit ist das beste des Spiels. Um das 3-Sterne-Ende zu erhalten, musst du alle Gegenstände von Papa plus das seltsame Foto sammeln, was für Stufe 2-Ende erforderlich ist, während du gleichzeitig jedes versteckte Minispiele abschließt und alle Arcade-Spiele im Pizzeria besiegst. Du kannst dies in der fünften Nacht tun, weil es dein Ziel ist, Papa zu finden. Also im Grunde genommen kann ich es jederzeit jetzt praktisch gesehen machen. Die große Frage ist jetzt halt, ähm, jetzt kann ich theoretisch noch in die Gegenwart zurück. Ich habe halt nur vier Spielmarken. Ich weiß nicht, ob ich die alle nutzen kann. Das erste, wenn ich mich für erhalten, musst du einen Gutschein im Preisautomaten in der Spielhalle angehören. Dann würde ich vorschlagen, dass ich erstmal in die Gegenwart zurückkehre. Ich weiß wie gesagt nicht, ob ich es jetzt schon machen kann. Da habe ich überhaupt einen Gutschein bei. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder entgegenkommen. Ja, wir stecken immer ganz kurz. Okay, kurz zur Erklärung. Äh, es geht nicht. Ich muss das Spiel nochmal neu starten, weil, äh, ich muss die ganzen Arcade-Spiele halt eben noch machen. Ich kann mir mal kurz vergessen hier. Ich muss die ganzen Arcade-Spiele machen und jetzt kann ich am besten, mhm, Obatt du alles erledigt hast, äh, zum Spiel zu Ende. Ihr gebt euch einfach eine Rebelle, blablabla, blablabla, blablabla. Du bekommst das wahre Tragenen, in denen alle Sicherheit zu haben sind, blablabla, blablabla. So, ich muss auch jedes Arcade in der, äh, Pizzeria-Spiel reparieren. Ich habe alles, bis auf eines, habe ich, äh, reparieren können, weil ich, äh, das letzte Teil nicht gefunden habe. Deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich neu starten. Okay. Dann würde ich sagen, hol euch rein, wenn ich nachts 5 wieder erreicht habe. Das würde jetzt wieder zwei Stunden dauern. Aber was ist eigentlich Extras? Hm. Okay. Minispiele. Zum Minispielen gehen. Inventar, wir haben noch einen Haufen Inventargegenstände, die fehlen. Ja gut, das sind wahrscheinlich alles so Sachen, der Preis, die man entbauen kann. Schreckmomente. Guck mal, den Körsack. 8, 5, Bällebad. Überwachungskamera. Game over. Alternative Musik. Ja, okay. Freaking this. Ah, guck mal, da ist DJ Music Man. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es in die Folge noch reinklopfen kann. Aber gut, ich schaue einfach mal. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe hier gerade noch zwei Nummern gefunden, von einem Klempner und von einem Mechaniker, als ich hier das Buch interagiert habe. Da kann man mal schauen, was passiert, wenn wir die anrufen. Funktionieren diese Telefonnummern wohl? Äh, wie war es? 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Probieren wir es einfach mal. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5. Gut, gut, gut. Das muss jetzt der Klempner sein. Sie haben Ihren freundlichen Klempner aus der Nachbarschaft erreicht. Was leckt? Äh, können, können Sie mir helfen? Äh, es geht um meinen Vater. Ah, sagt man ja nicht mehr. Ja, dein alter hat versucht die Rohre zu reparieren und hat es schlimmer gemacht, oder? Nun, lassen Sie mich ihn anrufen und ich kann es reparieren. Kleiner, klingt gut. Äh, Moment, das ist es nicht. Und wir haben 3x5, 2x7, 2x2. 1, 2, 3, 2x5, 2x7. Na? Little Joes Mechanica Service, wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, wissen Sie etwas über Animatronics? Äh, das ist die falsche Nummer, kleiner. Hm. Okay. Es gibt noch eine Nummer, die ich entdeckt habe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Schauen wir mal, ob es richtig war. Jeffs Pizza, Heimat von Jeffs Pizza. Hier ist Jeff. Äh, hey Jeff, hier ist Oswald. Äh, komische Frage. Ist irgendwas seltsames? Ach so, Moment, das hat man ja schon mal angerufen. Stimmt, das hat man ja schon mal angerufen. Ich frag mich, ob das mir irgendwie nützen wird, die Nummer von Klempner und vom... Äh, Link zu kennen. Ich frag mich, ob es auch irgendwie eine Errungenschaft gibt. Alle Nummern anrufen, die man kennt. Warte mal, wir können ja hier auch Kontaktliste. Klempner. Machen wir mal mal Dinge hier. So, ähm. Also probieren wir nochmal 911. Ja gut, da wird jetzt wahrscheinlich nichts rangehen, aber wir tun trotzdem mal die Kontaktliste voll machen. Ich glaub, der hat Jagd grad, oder? Wenn hier schon die Musik losgeht. Dann sieh mal eine an. Was ist hier los? Hm. Das mag er wohl nicht. Und so, und wenn ich jetzt nochmal in Freddy's anrufe, das war die... 1... 1... 800... 803? Anrufe beendet. 1... 800... 830... Ach Mist. die waren die nummer normales musik wird nochmal geprüft müsse der tier war überall in der normal 083 okay noch einmal 1 800 083 ist ja auch in der kontaktliste jetzt drin freddy's notruf der spitzer mechaniker mama weiß ob es aber mehr gibt okay das wollte jetzt wie gesagt muss zeigen weil ich die nummern gerade entdeckt habe dann würde ich sagen sehen wir uns dann gleich wieder okay das sollte es gewesen sein behauptet jetzt mal vorsichtig ich weiß noch nicht aber jetzt irgendwie eine bestätigung kriegt dass ich alle geschafft habe ich den neuen spieler sie noch nicht gespielt habe ich habe jetzt im grunde haben wir hier spiel habe ich einmal so gespielt bis sehr die neue musik freigeschalten habe wenn ich sagen gut schon hätte blablabla okay warte mal wir können ja noch gut scheine einlösen vielleicht braucht ihr ja auch das weiß ich ja nicht 16 na dann könnte man noch einen machen das mal hier das reinkriegen so ich probiere jetzt noch mal dann versucht hier noch perfekte spiel hinzukriegen weil ich weiß nicht ob ich es hier noch vielleicht gibt auch irgendwie gleich aus gründen jedes mal hier den schuss dahinter ist merkwürdig ich treffe da kein einziges mal mehr rein drüben treffe ich wenigstens sofort schlafen aber wir sind aber ja noch ich glaube ich habe 710 das reicht ja ich weiß nicht wie gesagt ich habe jetzt irgendwie mit einer bestätigung gerechnet dass wenn ich jetzt hier das reicht nicht scheiße okay noch mal das ganze vielleicht irgendwie eine bestätigung dazu gibt dass ich alle mini spiele geschafft habe jetzt wieder nicht ach ich hasse es zum meisten da unten hast du wieder unfug das wäre ja auch die 50 drauf schießt da wisch ich immer die 10 aber jetzt habe ich mal 20 bekommen und noch mal 100 das muss noch jetzt zwei gewesen sein zwei tickets so dann kann man die alle auch noch eingetauscht ok dann gucken wir mal ich hätte gern ein ticket irgendwie ein sticker hat ein ding platz für jetzt den sticker haben wir auch schon mal fahren noch ein sticker wie viel sticker hat das ding und dritter sticker ich schätze das macht mich jetzt so ein sammler mehr sticker gibt es glaube ich nicht was gibt es denn jetzt das ding frisst jetzt nur noch so jetzt muss ich mal schauen weil ich habe eigentlich alle gemacht jetzt hat eine sekunde bitte ok um das erste mini spiel zu erhalten musst du einen gutschein an preisautomaten in der spielhalle einlösen dadurch wird sofort ein mini spiel gestartet indem du luftballons aufheben musst das alles in einer gewaltigen hundeattacke äh musst du einen gutschein an preisautomaten rein tun wahrscheinlich in der zukunft oder die sind schon vergeigt könnte auch sein dass es diese kleine handheld gewesen ist aber da hat er ja selber gesagt dass er da nichts drauf erkennt na guck mal auf den poster war jetzt keine handy nummer drauf ich bin mir grad echt nicht sicher weil ich gehe hier gerade so nach einer nach einem online tutorial also tutorial schriftlichen anleitung hier und da kann es natürlich auch sein dass ich verschiedene sachen schon falsch gemacht habe in sein weil du mich ein zweifel war er hat noch eine folge das problem ist dass ich schon bei der folge schon seit viereinhalb stunden sitze jetzt kann man jetzt zweimal durch habe spielen müssen nein 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 ich schaue jetzt möglichst dazu spielautomaten irgendwann ok warte mal kurz muss hier ein bisschen Frieden eigentlich werden vor allem es gibt ja noch ein spiel das ich ja nicht machen konnte es gibt ja ein spiel das ich in der vergangenheit mir äh gegenwart ja nicht machen kann er sagt ja funktioniert nicht mehr vielleicht muss ich das spiel auch noch schaffen dafür habe ich ja die vier token eingesammelt schauen wir uns das nochmal an könnte ich mir zumindest noch vorstellen ich meine Gutscheine habe ich ja noch ein paar meinen Gutschein habe ich ja noch so und gehen wir mal ganz schnell zum letzten wird auf dem Bild eher von dem Hasen gejagt ach ne der macht nur Lärm äh der macht nur Lärm und der Klopper hier der macht halt gar nichts mehr ja ach hier ist das ähm mini spiel so und wir müssen alle Luftballons einsammeln ok hier ist der Sicherheitsraum mhm ich habe nicht viele Luftballons es gibt kann man auch sprinten ich kann auf jeden Fall nicht zwei Richtungen gleichzeitig wählen also ich kann jetzt nicht gleichzeitig nach links und gleichzeitig nach unten rennen irgendwie wäre es jetzt auch nicht ausgesetzt ich muss immer eine Taste loslassen ok scheint es zumindest richtig zu sein ok bei der Empfangsraum da hätten sie wohl ein bisschen was einbauen können du hast Partyraum ewig lang wir laufen einfach mal los ok da ist die Tür zu wir haben hier nochmal einen Luftballon äh ich bin der Luftballon du krieg wo hier die Luftballons raus da ist noch ein Luftballon und hier muss ich eigentlich sammeln sieben ich kann mir vorstellen dass in der Küche noch einer ist wo ist nicht mal ein ach guck mal die 6 ist jetzt lila geworden ist jetzt ein bisschen blöd weil jetzt hier die Fehlermeldung da davor ist aber 6 Stück da waren wir schon oben wo waren wir denn noch nicht da waren wir noch nicht damit hier gerade zu ja stimmt warte mal das ist die Küche na da müsste ich hier hoch gehen da müsste dann halt Freddy rum sitzen mhm genau da müsste ich da noch hinter 6 Stück co 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 ok haben wir den ersten schon geschafft das erste Minispiel haben wir geschafft dann müssen wir runterscoren das zweite ok hier steht jetzt in der Beschreibung drin dass ich erstmal soweit machen soll oswald um das zweite minispiel zu bekommen musste oswalds vater finden und zusehen wie er von springboard nicht weggeschleppt wird gehen sie dann in die spielhalle wo sie den preisautomaten zur seite finden also vorher eine verdorgene tür bei geht auch er muss erst mal aus als vater so gesehen finden ok jetzt sollten wir eigentlich vater retten können jetzt müssen wir zum ticket automaten jetzt vorher verborgen tür frei hier so die tür ist verschlossen jetzt müssen wir mama anrufen die kann die tür aufmachen 1 2 3 5 6 8 3 dadurch hat ein minigame freigeschalten erfülle ihren wunsch besten wunsch eigentlich gute arbeit erfülle ihren wunsch ok das war noch mal zwei ne 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 schon durchschaut so jetzt haben wir hier ne kette gute arbeit yes dude i rock so das war das nächste minigame jetzt können wir aber trotzdem nicht rein das macht nichts weil es auch nicht rein wir müssen sagen wir haben den sprechen so jetzt muss man sich zum kaugummiautomaten hinter hier ist wo er sagt und sollte sein für süßigkeiten bla 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 und jetzt muss man das war aber nicht gefallen klickt man satte 98 mal auf dem bonbonautomaten beginnt das dritte spielen die spiele also draufklicken wenn sie klickt jetzt gerade wie ein abdorf wo mauro 10 100 mal ist es dauert ein bisschen oder muss es immer anquatschen ist immer die frage ja okay wir haben es einmal angesprochen zweimal dreimal viermal auf einmal sagt das süßes 12 13 jetzt sind 15 16 17 18 19 20 21 bei gerade dem habe ich noch dann 22 gerade immer noch eine errungenschaft bekommen zuckerschock 23 was wir haben mehr 24 25 26 27 28 29 30 12 das ist ein bisschen wenn ich mir mal erzählen zu gucken 12 24 26 29 50 kannst du sie hören 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 12 ich hoffe dann nur dass ich alles richtig gemacht doch so mit den mini spielen 5 6 7 8 9 70 also ich habe die arcade spiele übersprungen 71 72 73 73 6 7 8 9 80 also ich habe die mini spiele im grunde haben so lange gemacht die entweder bis es abgeschlossen habe oder für sich die nicht beißen oder bis ich die musikstücke jeweils freigeschalten habe 85 86 7 was hat er gesagt 88 und macht sich 90 1 2 3 4 5 6 7 8 das ist sehen jetzt geht's so uns ist nur hier das mini spiel beenden da gibt es erstmal eine frische limo gute arbeit ich bin beleidigt so und gehen wir wieder rüber oh gott das wird wieder irgendwelche so sachen sein die man in die fnaf lore einbauen möchte wobei im praktischen sinne ist es eigentlich eine eigene ständige geschichte wenn ich es streng nehme würde ich sogar tatsächlich sagen dass ich die geschichte hier so was man hier jetzt spielt mir irgendwie lieber für den fnaf film zum beispiel gewünscht hätte als die geschichte die sich da ausgeschissen haben wenn ich es sagen darf das hätte mir besser gefallen entspricht nicht ganz der lore entspricht halt eben eine bessere dann eine bessere vorgeschichte besseres drehbuch heute also hier hexenkessel das sind es so gute arbeit jetzt noch mal insgesamt 98 sachen einsammeln oder was nur eins jetzt bin ich traurig was so eins gibt anstatt fünf und so ok zusätzlich zu diesen mini spielen ganz kurz ok zusätzlich zu diesem mini spielen musst du jedes arcade spiel in der pizzeria reparieren und abschließen um das dritte sterne zu erreichen sobald alle automaten in betrieb sind und du alle mini spiele absolviert hast gehst du in die spielhalle und spielst den gelben schrank ganz links gelben schrank ganz links neben dem ski ball automaten lieferst du erfolgreich pizzen ab welchen gelben schrank den hier den hier also ich muss die münzen einwerfen lieferer pizzer aus und lieferst erfolgreich pizzen aus um das spiel zu gewinnen wie viel denn noch das spiel war bei dem spiel war ich mir die ganze zeit nicht sicher ob ich es sehr gut gemacht habe oder nicht das problem ist halt dass wir halt nur vier münzen haben das heißt wir haben nur vier versuche schon habe ich einen vergeigt huch süßigkeiten den ganzen jeden tag was also ist der zuckerschock erhung schaffen wir uns gerade aufgeploppt aufpassen die frage ist wie lange müssen die zugestellt werden ja ja einfach nur aufpassen nichts kaputt machen das war knapp so runde 3 2000 punkte haben übrigens gereicht um die musik freizuschalten mindestens was nach oben dann rüber so habe ich auf jeden fall ein paar gute Techniken auch gelernt so dazu durch warten 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 und rüber warum muss man ausgerechnet das spiel spielen eigentlich ich schaffe dass ich noch mal 2000 punkte zusammenkriege weil im besten fall bis irgendwas passiert ist den hier den hier das ist mir zu gefährlich so ist drauf der ist auch drauf wie viele denn noch da 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 jetzt habe ich die 2000 von meinem vorherigen rekord bzw ab dem moment wo ich dann schluss gemacht habe weil ich dachte vielleicht reicht das aus um alle mini spiele zu machen war zu durch also wie viele punkte denn noch wie lange soll das noch gehen war mir irgendwie auch das so sieht es wie die länge für mich persönlich aber gut das soll es wir machen das jetzt so lange dass wir es geschafft haben oder ich bei dem versuch gescheitert bin je nachdem weiß ja wie gesagt nicht ob alle mini spiele da so jetzt gezählt haben irgendwie habe ich auch so das gefühl wenn ich es falsch mache wie gesagt es steht dann hier in der beschreibung drin was musste irgendwas passieren zusätzlich zu diesem spiel musst du jedes arcade film in der pizzeria reparieren abschließend das drei sterne ende zu erhalten sobald alle automaten betrieb sind und du alle mini spiele absolviert hast du spiele in die spielhalte und spielst den gelben schrank links neben dem ski ball automaten was ok hier fehlt noch ein schrank dann habe ich auch noch nicht alles abgeschlossen weil sie ja links und nicht rechts ach man sagt wo sie aufs wieder mehr tickets mehr tickets ich denke ich muss mindestens noch einmal gewinnen um irgendwas zu bekommen da ist es vergleichbar ist ja mega scheiße ok guckte noch mal ganz kurz nach ok also können wir jetzt täuschen also ich habe jetzt bei jemanden anderen reingeschaut und bei dem war jetzt kein automaten erst nach dem automaten sofort so pappen gerannt und hat das dritte ending freigeschalten kann man vielleicht geht es wenn nicht ich schaue mal auf dem land noch irgendwo dran hängen muss aber eigentlich ich weiß zu gern was auf dem bild drauf ist nein weg damit ich glaube jetzt kämpft er hier wieder jetzt kämpft man alles schon ich frage mich immer warum die so ein inneres gebiss haben das warum die zwei so gebisse eigentlich haben weil mir das innere nur dafür auch da ist damit die und auf und zu machen und so weiter ist ja im grunde genommen egal es braucht ja im grunde genommen keinen es ist hier eine entschuldigung aber du hast recht ich hatte nichts zu tun so lassen sie abkommen so weit kennen wir es ja schon naja scheiße ich glaube es ist nicht richtig du und ich sind ganz mitgenommen was es passiert aus hat sich ja nichts zu erinnern und die beurte vom kopf nein ich habe es schon wieder deswegen habe ich beschlossen mich vor die zu verstecken und dass die heim zu zahlen ist mein balken shop und bilder und ding mir leid papa ich weiß dass ich manchmal eine nervensäge bin es ist gesagt ach du bist keine nervensäge du bist nur ein kind und ein sehr gut so das ist so wie sie sind sogar weil das kenne ich jetzt nicht jeder machen die ganze zeit fehler was soll es sein so lernst du ich bin derjenige der keine fehler machen sollte aber ich muss wohl einen fehler gemacht haben wenn du denkst du hast der einzige weg um ein meine aufmerksamkeit zu bekommen darum besteht in diese ekelhaften bellbar zu sprengen also mal hatte sehe ich nicht für dich da war aus also zeit ein paar veränderungen vorzunehmen weißt du was lass uns nach hause gehen die frisch machen und dann z relics gegen mecca z relics der alten zeit wegen einlegen abgemacht abgemacht ich liebe dich papa möchte ich auch jungen übrigens ich könnte ein schulhaus kommen was aber das war jetzt anders da ist das dritte ending auch ein meister der heimlichkeit beende das spiel ohne erwischt zu werden family fun ja jawoll ja alter grün lang sitzt jetzt hier ja passt oh jetzt kommt ein bild raus ich lasse einfach noch mal durchlaufen diesmal wirklich die credits die wo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da kann er sich einfach nur die Szene nochmal angucken. Das soll ein Jumpscare sein. Der will doch nur, dass ich ihm folge und dass ich hinterher gehe. Das ist doch kein Jumpscare. So, wie sieht denn der von Freddy aus? Ich habe noch gar nicht gesehen. Ich glaube, den haben wir aber nicht gesehen, weil wir immer das Feuerwerkskörper halt eben da hatten. Ich vermisse Foxy in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht geglaubt, man kann irgendwie noch die Animationen halt so einsehen, aber offenbar geht es nicht. So, im Moment hatten wir auch schon Schreckmomente. Gewahrungskameras, Nacht 5, Bällebad. Lüftungsschacht. Schrank. Alternative Musik. Spiel, Hallen, Minispiele, Hutspiel. Oh, ist auch nicht freigeschalten. Witze, Roller. Ich habe auch nicht freigeschalten. Wie sieht das Hutspiel aus? Habe ich nicht gesehen. Okay. Jedenfalls war es das jetzt. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Ich zeige es zu dem Spiel eigentlich. Also im Gegensatz zu den vorherigen FNAF-Teilen, die ich bis jetzt gespielt habe, war das eigentlich einer der, wo in seiner bisherigen Form sehr überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Von diesem Aufbau halt, mit den pixelartigen. Ja, vom Gruselfaktor her würde ich jetzt sagen, ja okay. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht schreckhaft. Ich bin mir sicher, dass andere YouTuber, Markiplier wahrscheinlich dann, wegen eines dem Furz, einen Herzinfarkt kriegen. Ich kann ja so knallert raus sagen. Habe ich aber, glaube ich, schon mal irgendwo mal eine knappe Five Night Freddy's VR, Half-Wanded 2, habe ich die Geschichte jetzt schon mal erzählt. Aber es ist egal, jetzt ist es in der ganzen Sache hier. Aber ich muss sagen, vom Thema her, also ich fand es, also ich fand es ziemlich gut. Wenn ich nachdem in Steam-Wettungen gehe, die sagen auch alles am größten Teils positiv. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass es eigentlich so, die FNAF-Games halt auch mal so ein bisschen mehr, nicht so ins Grusel reingehen müssen, um halt eben gut auszusehen. Und bei dem Spiel ist es im Grunde genommen, jetzt sage ich mal, von mir aus gesehen, ist der lebende Beweis, dass es halt eben auch ein Nachspiel geben kann, wo halt eben kein Grusel-Effekt und was weiß ich halt eben und alles drin sein muss und trotzdem gut ankommt. Warum nicht? Aber es ist meine Meinung. Wie gesagt, ich bin nicht schreckhaft. Wie entsprechend. Ansonsten die Rätsel waren, ja gut, es waren jetzt nicht wirklich großartig Rätsel. Und wenn du mich nur an die Gitarrenseite denkst, es war das Einzige, wo ich halt ewig lang rum suchen musste, bis ich es gefunden habe. So vom Aufbau und Dinge halt, das hat mir ziemlich gut gefallen. Also, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Wenn die noch einen zweiten Teil raus machen können, ich könnte mal gucken, was fehlen mir noch an den Achievements. Dann gucke ich lieber hier rein. So Steam, und Steam sagt, es fehlen noch elf. Wow, was ist denn da? Das verpasst. Schalte den Lichtschalter 87 Mal um. Zehn Mal. Stolperre 20 Mal. Ja, okay, das sind so Kleinigkeiten halt. Versteckspiel Weltmeister. Benutze jedes Versteck einmal, während du verfolgt wirst. Oh, ach ja, okay. Welches hat das gemacht? Ich hab einfach nur wieder reingeklickt. Oder muss ich hier nur irgendwas einklicken? Ja, scheiße, das hat sich wieder rumgeschalten. Mensch, lass das. Okay, also es ist schnell wieder gefangen. So, ähm, ja. Ich hoffe, euch hat mein Let's Play auch soweit gefallen hier. Ich überlege gerade immer noch so, im Nachhinein war es eine kluge Idee, eine Facecam zu benutzen. Weil wenn ich es so anschaue, es haben nicht viele Leute bis jetzt meine Videos geschaut. Lustigerweise, die anderen Videos, die kommen besser an. Vielleicht schreck ich es ja ab. Ich hoffe mal nicht. Äh, vom Aufwand her, ich hab eigentlich gedacht, dass die Leute, das ist wahrscheinlich eher so, um einen, äh, den Facecam halt eben auch so sehen wollen, wenn ich halt so ein Rüsselspiel spiele. Aber im Nachhinein hab ich mir ja so gedacht, so eigentlich war es völlig unnütz, aber, hey, wenn ich die Sachen schon da hab, dann kann ich es doch benutzen, warum nicht? Na gut. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie was nachkommt, denen sprechen, ob die irgendwann einen weiteren Teil machen sollten, aber sollten die mal eins machen, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Weil, wie gesagt, es mir hat Spaß gemacht. Hat man bestimmt auch angemerkt. Und wie gesagt, ich sage jetzt hier, äh, für diese Folge sitzt jetzt seit 5 Stunden ungefähr und ich hab keinerlei Probleme damit. Ich hab ja auch, ähm, muss ich dir auch mal dazu sagen, ich hab einmal hier so ein neues Spiel noch so gemacht, so als, ähm, hier mit den höchsten Schwierigkeitsgrad Albtraum, hab ich gedacht, okay, im Grunde genommen, tief zu verlieren, hab ich nicht, aber hier gilt halt eben auch Permadeath bei Albtraum. Das hab ich nicht gewusst, das hab ich dann nochmal anfangen musste. So gesehen hab ich 3 mal Spiel heute starten dürfen. Aber gut, macht nichts. So. Dann würde ich sagen, ich bin jetzt zur Hauptrolle wieder zurück. Dann würde ich sagen, was ist jetzt so? Ich bedanke mich fürs Zusehen an alle, die hier jetzt zugeschaut haben. Würde mich über einen Liken, Kommentar und Abo freuen, wenn ihr schnell Zeit hättet, wenn ihr, wenn es euch auch gefallen hat. Ihr müsst es, wie gesagt, nicht tun. Das ist eure eigene Entscheidung. Und natürlich, wenn ihr halt auch ein Abo dran wisst, dann kann ich noch weitere machen. Und, ähm, ja, ich geb mein Bestes, wie immer. Aber ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch in einem anderen Display, wie ihr dabei seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, schöne Woche, oder im Grunde genommen viel Erfolg bei dem, was ihr gerade macht, so. Und, ja, verabschiedigt, man hat. Auf Wiedersehen, euer Fuchsel. Tschö.